Wir kommen daher aus dem Morgenland, wir kommen gefühlt von Gottes Hand. Wir wünschen euch ein fröhliches Jahr, Kasper, Melch und Walter Saar. Die Weisen aus dem Morgenland sahen den Stern und suchten und fanden Christus den Herrn. Wir finden ihn heute bei den Kranken und Armen, so bitten wir euch um euer Erwärm. Gebt reichlich, die ihr Geld habt und Brot, so viele Menschen leiden noch Not. Gedenkt auch derer, die Gott noch nicht kennen, helft, dass sie bald seinen Namen nennen. Die Gaben vergeltet der gütige Gott mit langen Leben und Leben tot. Wir kommen daher aus dem Morgenland, wir kommen gefühlt von Gottes Hand. Wir wünschen euch ein fröhliches Jahr, Kasper, Melch und Walter Saar.